Wir reden über den VfB, ein Fußball-Podcast des Zeitungsverlags Weiblingen, gemeinsam mit die Neue 107-7. So, Grüße an euch da draußen und Grüße an meinen Kollegen Simeon Kramer, den ich schon seit Wochen hier im Podcast-Studio nicht mehr gesehen habe. Schön, dass du wieder da bist. Danny, ja, schön, dass wir zusammen wieder podcasten dürfen. Ich bin noch ein bisschen gebräunt vom Urlaub, vielleicht sieht man es. Nein, man sieht es überhaupt nicht. Ja, weißt du, es ist halt, wenn man Hauttyp Mehl 405 ist, dann wird man halt nicht brauen. Aber ich hatte einen schönen Urlaub und ich bin auch richtig heiß jetzt hier wieder auf die Podcast-Folge, weil wir haben einiges zu bequatschen. Champions League, ich habe gestern die CL-Hymne gehört in der MHP-Arena. Ich habe immer noch Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging, wenn ihr auch im Stadion wart. Es war ein Träumchen und darüber, glaube ich, Quatsch mal, oder? Es war ein Träumchen, wenn auch so ein bisschen man einwenden könnte. Ja, ein geiler Traum, aber das Ergebnis hat dann doch ein bisschen für schlechte Laune gesorgt. Aber das werden wir alles in aller Ausführlichkeit besprechen. Wir werden auch zurückblicken auf das Wolfsburg-Spiel. Da gab es ja auch noch einiges zu thematisieren. Stichwort VAR, eines unserer Lieblingsthemen. Da werde ich wieder, und ich bin zurück, ich werde wieder schön ausflippen. Also, wird doch eine schöne Folge, oder? Wir haben Champions League, wir haben heute wieder ein VAR-Rant am Start. Und den Ausblick auf die TSG Hoffenheim. Was will man eigentlich mehr, wenn man zurückkommt aus dem Urlaub? Das ist ein Träumchen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und bin bereit für die Folge, Danny. Aber wir müssen, glaube ich, zuerst noch was anderes machen, oder? Wir gehen nämlich ab in die Werbung. Ganz kurz. Denn die heutige Folge ist sozusagen eine Champions League-Sonderfolge. Und die werden euch immer präsentiert von der Weiblinger Zentralklinik. Eure Experten für alles, wenn es mal schief läuft, auf dem Sportplatz, im Haushalt, sonstiges, Knie, Schulter. Ich habe gehört, Simi, bei dir steht demnächst vielleicht sogar ein Besuch an bei den Kollegen. Ja, ich muss mal mit Nadir quatschen, dass der mir einen schönen Termin ausmacht. Ich habe ein bisschen Schulterprobleme. Ich habe ja meine aktive Fußballerkarriere an den Nagel gehängt und habe mich jetzt in diesem Sommer mit Tennis probiert. Und ich glaube, meine Schulter ist nicht gemacht für Tennis. Also diese Schlagbewegung in der Schulter, die macht mir jetzt noch Probleme. Also ich glaube, ich habe da irgendeine Entzündung im Schultergelenk oder sowas. Ich muss mal mich checken lassen, mal in die Röhre, mal zum MRT. Kann man auch machen in der Weiblinger Zentralklinik. Die haben wirklich alles. Also gibt es ja auch diesen rosa OP-Roboter. Wir hoffen natürlich, dass du nicht direkt unter das Messer musst, sondern erst mal nur gecheckt werden musst. Und was sie auch haben, die Kolleginnen und Kollegen von der Zentralklinik, sie haben jetzt seit neuestem eine Notfallnummer. Die hast du nicht wählen müssen. Simi, denn dein Besuch ist gewissermaßen geplant. Aber wenn am Wochenende am Sportplatz mal was schief geht bei euch, dann gibt es ab sofort eine Notfallnummer, die wir euch einblenden und die ich euch auch hier vorlese. 0157 376 033 90. Wenn was passiert, ruft da an, rund um die Uhr erreichbar, Experten mit Einschätzungen, vielleicht auch direkt einen Termin ausmachen. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage wn-zentralklinik.de. Wir danken für die Unterstützung. Wir drücken die Daumen, dass Simis Schulter hält. Wir sind gespannt, was du berichten wirst. Wir sind auf jeden Fall froh, dass du nicht die Notfallnummer wählen musstest. Aber für alle da draußen, die uns hören, die es vielleicht tun müssen, wir haben sie euch eingeblendet. Wir haben sie euch in den Shownotes und wir sagen nochmal danke für die Unterstützung an die Zentralklinik. Ihr macht es auch möglich, dass wir zu Champions-League-Spielen fahren können, dürfen. Du darfst ja bald, Simi. Und deswegen gehen wir doch jetzt mal direkt rein in die Folge und bequatschen das Heimspiel gegen Prag. Das war nämlich das erste Champions-League-Heimspiel seit 14 Jahren, glaube ich. Über 14 Jahren. Über 14 Jahren. Damals war es ein 1-1 gegen den FC Barcelona. Jens Lehmann im Tor, Kakao im Sturm, Pogrebniak und Co. Jetzt, gute Tradition, wieder ein 1-1. Sparta Prag war der Gegner. Simi, wie war so die Stimmung? Wie hast du es so wahrgenommen rundherum? Es hat ja gebrodelt im Kessel. Also die Stimmung war sehr, sehr geil. Weil auch schon vor dem Spiel, es war ja, oder es war und es ist, Cannstatter Volksfest, Vasenzeit. Das bedeutet, ich glaube, viele VfB-Fans waren vor dem Spiel schon mal ein, zwei Maß heben auf dem Volksfest. Dementsprechend gut war die Stimmung rund ums Stadion. Und ich erinnere mich auch noch an Atakan Karasor, der vor dem Spiel auf der Pressekonferenz, ich glaube es war Montag, gemeint hat, er hofft, dass möglichst viele Menschen auf den Vasen gehen und dann mit guter Stimmung ins Stadion kommen. Und genau das ist eingetreten. Also die Stimmung war elektrisierend. Ich muss auch sagen, dass Sparta Prag einen ziemlich geilen Auswärtsblock am Start hatte. Also da kam auch richtig Stimmung rüber. Und dann gab es natürlich diese fantastische Choreo vor dem Spiel beim Einlaufen der Cannstatter Kurve. Und dann kam diese CL-Hymne im Stadion. Und ich habe die ja schon mal aus Spaß hier gesungen. Das machst du bitte aber jetzt heute nicht. Nein, ich werde euch verschonen, aber ich bin nicht der einzige Idiot, der diese Hymne singt. Nämlich im Stadion, als dieses The Champions kam, gefühlt 30.000 Menschen haben das mitgesungen. Und ich habe extra ein Video gemacht, ich kann es dir nachher mal zeigen. Aber da hört man richtig, wie das halbe Stadion diesen Ton am Ende mitsingt. Und danach war ein To-Bänder-Jubel, To-Send-Laut. Es war richtig, richtig cool. Die Stimmung war, es war alles angerichtet für das erste Champions-League-Heimspiel seit über 14 Jahren. Und da muss ich leider sagen, hat das Ergebnis und das Spiel an sich auch nicht so richtig mitgespielt. Wir gehen doch mal direkt rein in die Folge mit einem O-Ton vom Cheftrainer. Den hast du auch nach dem Spiel gelöchert, warum es denn nur in An- und Abführung zum 1-1 gereicht hat. Wir hören mal Sebastian Hoeneß. Jetzt gibt es ja verschiedene Sichtweisen auf das Spiel heute. Man kann sagen, es ist ein gewonnener Punkt, aber auch verlorene zwei Punkte. Wie sehen Sie es und können Sie uns vielleicht in die Emotionen in der Kabine nach dem Spiel mitnehmen? Wie haben die Jungs den Punkt aufgenommen? Ja, ich würde jetzt gar nicht irgendwie verlorene zwei Punkte. Wir wollten drei, das ist klar. Und natürlich war auch entsprechend die Enttäuschung spürbar. Ist auch bei mir so. Und das ist auch gut so, dass es so ist. Und trotzdem möchte ich das richtig einordnen. Und das habe ich vorher getan. Und nicht, um den Gegner irgendwie künstlich stark zu machen, sondern weil es einfach Fakt ist, dass diese Mannschaft gut ist. Und da habe ich auch im Vorfeld gesagt, ein Lob an meinen Trainerkollegen, der diese Mannschaft gut einstellt. Und dort eine Mannschaft vorfindet, die sehr, sehr intensiv spielt, unermüdlich verteidigt, auch in der Lage ist, umzuschalten. Ihre Standards sind gefährlich. Also es ist eine gute Mannschaft. Ich glaube, sie wird auch weiterhin noch Punkte holen in der Champions League. Drei haben sie auch schon geholt davor gegen Salzburg. Und das gehört auch dazu. Und das müssen wir auch anerkennen. Auch wenn wir zu Hause natürlich auch schon Spiele geliefert haben mit mehr Torchancen, ist das heute so. Ich muss dem Trainer ein bisschen das Wort abschneiden, weil es war eine sehr lange Analyse. Aber das können wir beide ja übernehmen. Er hat es da jetzt hinten raus anklingen lassen gegen Prag. Er sagt so, ja, okay, 1-1. Aber der Gegner war auch richtig gut. Ist natürlich ein Faktor gewesen. Mich haben sie ehrlicherweise doch ein Stück weit überrascht, wie gut strukturiert er verteidigt wurde. Aber vielleicht das größte Manko im Stuttgarter Spiel. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Simi. Thema Chancen kreieren, Thema Spiel im letzten Drittel. Da hat es dann doch gehakt. Ja, da hat es gehakt. Und das Problem ist, man hätte sich eigentlich darauf vorbereiten können. Das haben sie natürlich sicherlich. Aber es war klar, was kommt. Also schon auf der PK hat auch Sebastian Hoeneß gemeint, Das wird ein ähnliches Spiel wie in Wolfsburg bei diesem 2-2 am vergangenen Samstag. Wolfsburg stand ja auch sehr tief, hat dem VfB den Ball überlassen. Der VfB hatte jetzt hier gegen Prag, ich glaube, 71 Prozent Ballbesitz. Sie hatten 26 Torschüsse, 10 zu 0 Ecken. Eine überragende Passquote, über 90 Prozent einzelne Spieler. Genau. Also ich glaube, Atta hatte eine 100 Prozent Passquote. Also Atta kann Karasor. Also deswegen, der VfB hatte viel den Ball, war viel in der gegnerischen Hälfte. Vor allem die letzten 30 Minuten, das war gefühlt ein Handballspiel, um den Prager Strafraum rum. Und der VfB hat gewusst, was kommt. Sie haben gewusst, dass Prag so spielen wird. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, richtig zwingend zu werden. Vor allem in der Schlussphase. Und Sebastian Hoeneß hat vor allem einen Punkt kritisiert. Ich glaube, das kam auch noch in der Antwort, die du weggeschnitten hast. Es ging um das Stichwort Entscheidungsfindung. Also das Problem war ja nicht, dass sie in diese Zonen gekommen sind. Also sie kamen ja bis an 20, 25 Meter vor das Tor hin. Aber dann haben die VfB-Profis oft die falsche Entscheidung getroffen. Sebastian Hoeneß hat wortwörtlich gesagt, wir haben gepasst, wenn wir hätten schießen sollen. Wir haben geschossen, wenn wir hätten passen sollen. Und wir haben quasi quergelegt, wenn wir hätten eigentlich tief gehen müssen. Also in diesem letzten Drittel, in diesen letzten 30, 35 Meter vor dem Prager Strafraum, da hat nicht viel funktioniert. Trotzdem gab es Chancen, aber die sind eher aus Fehlern ressortiert der Prager. Ich erinnere hier an Enzo Mio. Wir werden nachher drüber sprechen. Aber er bekommt den Ball, fängt den Ball ab vom Prager Keeper. Er muss ihn nur querlegen. Denny, ich kriege so einen Hals, wenn ich jetzt drüber rede. Also er läuft auf den Torwart zu und links davon steht Dennis unter völlig frei. Wenn Mio den quer legt, dann steht es 2-1. Ja, und das kurz nach Wiederanpfiff in so eine Phase, wo Sturm und Drang sich schon abgezeichnet haben. Aber lass uns nochmal die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Lass uns das Spiel wirklich von vorne aufrollen. Ich fand, der VfB hat fahrig begonnen, hat sich ungewöhnlich viele Fehler im Aufbauspiel auch geleistet. Ist aber in Führung gegangen, hat die erste Chance genutzt. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, oh krass, okay, sie sind super effizient. Da wird es Prag heute aber schwierig haben. Kopfballtor von Enzo Mio. Vielleicht der Spieler der Stunde aktuell. Der Spieler, der am besten drauf ist, schon gegen Wolfsburg. Ein richtig gutes Spiel gemacht gegen den BVB davor. Überragend. Und ihr hattet die Möglichkeit, nach dem Spiel mit Atakan Karasor zu sprechen. Der ist ja seit dieser Saison der neue Käpt'n der Mannschaft. Der nimmt dieses Amt auch gut wahr. Und der hat uns mal ein paar Einblicke gegeben, wie er denn so die aktuelle Form von Enzo Mio sieht. Hier kommt er, Atakan Karasor. Enzo. Enzo ist zurzeit für uns unersetzbar. Also Enzo ist der Spieler, der ja auch dann irgendwo so eine gewisse Magie in unser Spiel bringen kann zurzeit. Das macht er überragend. Das soll er genauso weitermachen. In der Kabine müssen wir natürlich aufpassen, dass unser kleiner Franzose nicht irgendwie zu sehr fliegt. Das kriegen wir aber sehr, sehr gut hin. Ich denke, das widerspiegeln auch seine Leistungen wieder. Und ja, wie gesagt, einfach auf Enzo aufpassen. Er ist ein guter Junge. Er ist noch jung. Und wenn er so seinen Weg weitermacht, kann Enzo eine sehr, sehr große Karriere vor sich haben. Ich kretsche direkt rein, Danny, und nehme dir das Wort weg quasi als Moderator dieser Folge. Darfst du gerne. Enzo Mio ist der Mann der Stunde, ja. Aber ich habe gerade schon über diese Szene gesprochen nach der Halbzeit, wo man eben sieht, dass Atakan Karasor zu Recht sagt, wir müssen aufpassen, dass unser junger Franzose nicht zu sehr und zu hoch fliegt. Weil er macht dieses 1 zu 0, das macht er schön, er läuft ein an den zweiten Pfosten, ist auch völlig blank. Da war Frag mal einen Moment lang nicht, also zumindest zu Beginn des Spiels, noch nicht so gut sortiert wie dann in der zweiten Halbzeit. Ja, da waren sie völlig ungeordnet, aber auch danach dann Enzo Mio hat sich ständig tief fallen lassen, hat ständig die Bälle abgeholt. Ich meine, der ist überall links, rechts, vorne, letztlich auf die Sechserposition fallen. Manchmal hat Angelo Stiller dann auf dieser Zehn gefühlt gespielt. Also es war ein ständiges Roschieren, ständiges Rotieren. Fast jede gefährliche Offensivaktion lief über Enzo Mio in diesem Spiel auch, vor allem in der zweiten Hälfte, hat immer wieder die Mannschaft nach vorne getrieben, immer wieder angetrieben. Aber es ist eben, ich glaube Enzo Mio ist ein Spieler, deswegen hat es Atta auch gesagt, der droht zu fliegen. Ich glaube, das ist ein Spieler, der sich dann auch mal sonnt in diesem Erfolg, in diesem Hype, der gerade um ihn rum entsteht. Ich glaube, Didi Hamann war es, der am Samstag nach dem Wolfsburg-Spiel bei Sky gemeint hat, ist aktuell der beste Spieler der Bundesliga. Ja, das ist halt eine Hamann-Polemik. Ja, Polemik und Semmy Khedira vergleicht ihn mit Jamal Musiala und mit Florian Wirtz. Also ich meine, der wird wahrgenommen gerade und Sebastian Hoeneß hat auch gemeint, Enzo ist lange unterm Radar geflogen und kriegt jetzt endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Aber bei Enzo sehe ich wirklich die Gefahr, dass er so ein Spieler ist, der ganz schnell und gerne Höhenluft schnuppert. Und wenn sich Atta als Kapitän in die Mixzone stellt und dann wirklich sagt, wir müssen aufpassen, dass er nicht zu sehr fliegt. Ist schon ein Statement. Ist schon ein Statement. Also das zeigt dann schon, dass Enzo ein Hang hat vielleicht auch dann in der einen oder anderen Szene zu laissez-faire. Also ich finde, man hat auch gesehen, er hat übrigens den Ball verloren vorm 1-1, vorm Freistoß. Also will ins Tripling gehen, will mit dem Kopf durch die Wand, durch drei Leute durch. Ballverlust. Wovor hat Hoeneß gewarnt? Umschaltspiel der Prager. Das war ihre Stärke. Prag schaltet brutal schnell um. Dann Mittelstadt, weiß ich nur noch mit dem Foul zu helfen. Freistoß, Tor. Also deswegen, Mio ist für mich Licht und Schatten. Es ist massiv mehr Licht als Schatten. Aber der Schatten ist eben noch da. Und jetzt überleg mal, der arbeitet noch an diesem Schatten. Ja, dann spielt er nicht mehr lange hier. Er legt das Ding quer auf Undaf. Er verliert, der hat schon viele Bälle auch verloren, weil er blind in Zweikämpfereien ist, in Duelle. Aber der macht es gerade überragend. Der wichtigste Spieler, Sebastian Hünnes hat auch gemeint, und der hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Und Hoeneß hat auch ganz klar gesagt, und das kann man auch als einen kleinen Klatscher gegen Bruno Labbadia verstehen, er hätte von Anfang an dieses Potenzial erkannt. Ja, das ist nicht nur ein Klatscher, das ist nur Ohrfeige für Bruno Labbadia, der gesagt hat, ja, der Enzo, so wie er da aktuell rumturmt, mit dem haben wir nichts anzufangen als Trainerteam. Und Hoeneß kam, hat auf ihn gebaut und sofort hat es funktioniert. Auf der anderen Seite, ja, Enzo Mio, zu Beginn seiner Karriere auch nicht bekannt, als der disziplinierteste und der pünktlichste vielleicht auch. Mich würde da übrigens die Meinung mal unserer Hörerinnen und Hörer interessieren. Wie seht ihr Enzo Mio? Für euch gerade der beste Spieler, hat der auch noch irgendwie Potenzial, noch weiter nach oben zu gehen? Wie Karasor ja angesprochen hat, wenn der da weitermacht. Genau, und es ist vielleicht, also ich meine, im Winter werden wir ganz sicher über einen möglichen Transfer von Enzo Mio sprechen. Natürlich. Und was stört euch vielleicht noch an Mio? Wo kann er besser werden? Also schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von Enzo Mio haltet. Würde mich einfach interessieren. Mich würde noch interessieren, wie du den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit einordnest. Denn Prag hat dann den Weg zurückgefunden in dieses Spiel über eine Standardsituation, ein absoluter Traumfreistoß. Du hast den Namen des Torschützen extra nochmal geübt, deswegen darfst du ihn jetzt sagen. Keilriemen. Keilriemen, wie wir geungt haben, mit einem absoluten Brett. Nichts zu machen für Alex Nübel, aber Respekt, dass er überhaupt nur die Hand dran bekommen hat, irgendwie da oben im zweiten Stock. Du hast schon die Entstehungsgeschichte ein bisschen angesprochen. Dennoch ging es dann mit dem 1-1 in die Pause. Was war so das Gefühl zur Halbzeit? War eher so, geht in Ordnung? VfB war nicht zielstrebig genug? Oder war es eher schmeichelhaft aus deiner Sicht? Ich fand nicht, dass der Halbzeitstand in Ordnung ging. Ich fand, es war total schmeichelhaft. Weil Prag hat genau das gemacht, wovor Sebastian Hoeneß gewarnt hat. Und trotzdem hat es funktioniert, aus Prager Sicht. Tief stehen, immer wieder Kontersituationen ausnutzen, immer wieder von Ballverlusten der Stuttgarter profitieren. Und so wurde es halt zweimal brandgefährlich. Zweimal Alu? Ich erinnere an diesen Freistoß aus dem Halbfeld. Also es ist ja immer so einfach, das war blödes Foul, ich muss es sagen, von Pascal Stenzel, der sich da auch nach, glaube ich, 12 Minuten die gelbe Karte abholt. Insgesamt ein sehr... Also man hat, finde ich, in dem Spiel nochmal schön gesehen, Kalle ist ein Downgrade im Vergleich zu Wagnermann zum Beispiel. Es tut mir ja total leid, das zu sagen, aber Kalle habe ich am schlechtesten bewertet von den VfB-Noten. Musstest du aber auch. Wir geben ja nach dem Spiel die Noten, Demirovic hatte auch überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel, war auch unterirdisch, aber das hatte weniger mit seiner eigenen Leistung zu tun, sondern mit dieser Ausrichtung des Offensivspiels. Aber Kalle, du hast einfach gemerkt, er hat Tempodefizite, dieses Foul am eigenen Strafraum, er krätscht, ist viel zu langsam, haut den Gegner komplett um, volle Möhre, sieht die gelbe Karte. Aus diesem Freistoß resultiert dann diese Kopfballchance am zweiten Pfosten. Aufsetzer, an dem Pfosten hast du richtig Glück, dass es nicht da schon eins zu eins steht. Dann erinnere ich mich noch an eine Szene, da gab es eben auch wieder über welche Seite, von Kalle, Pascal Stenzel, überlaufen, Flanke, Kopfball an die Latte. Also da hat es richtig gebrannt und was ich eigentlich am erschreckendsten fand, waren diese viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Also ich erinnere mich mal, da läuft Prag, glaube ich, mit 3 zu 1 auf Chabot zu und die sind halt schon blöd, um das auszuspielen. Also da kannst du Halbzeit 3 zu 1 stehen für Prag und der VfB kann sich nicht beschweren. Und es war eine richtige Unwucht im VfB-Spiel. Die linke Seite war defensiv okay, offensiv gefährlich, mit Mittelstädt ging da einiges, unter anderem ja auch die Torvorlage für Mio. Rechts ging offensiv gar nichts, so ehrlich muss man sein. Und das hat auch mit Mio zu tun wieder, weil ich sehe Mio klassischerweise wirklich hinter der Spitze. Also Achter? Also Achter, Zehner, aber Mio spielt ja in diesem 4-2-3-1 gedachten System, von Hoeneß spielt der ja rechts außen. Aber der ist überall, nur nicht rechts außen. Also das ist ja auch seine Stärke, dass er sich überall bewegt und überall rotiert. Aber wenn du zum Beispiel Wagnoman als klassischen Schienenspieler auf der rechten Seite hast, was Kalle einfach nicht ist, dann hast du einfach auch mehr Zug über die rechte Seite und die hattest du nicht. Deswegen die erste Halbzeit, das hat auch Sebastian Hoeneß selbstkritisch gesagt, mit der können wir nicht zufrieden sein. Und das war auch so und du kannst wirklich froh sein aus VfB-Sicht, dass es dann nur 1-1 steht. Aus der Pause kamen sie aber mit ordentlich Schwung, wie ich fand er. Sehr engagiert, sehr konzentriert, sehr diszipliniert. Aber es ist letztlich nicht gelungen, dieses Prager Bollwerk zu knacken, die, und das hat Sebastian Hoeneß im O-Ton schon zu Recht angemerkt, die das natürlich super gut gemacht haben. Also sehr diszipliniert verschoben, sehr diszipliniert verteidigt, einen guten Keeper hinten drin, sehr sicher gewesen. Die hatten zum Teil eine Sechser-Kette. Ja, es war wie im Handball, hast du in deinem Spielbericht geschrieben, gerade in der Schlussphase, dann immer um den Sechzehner Schrägstrich den Kreis herum. Aber die große Lücke tat sich nicht auf. Und deswegen war es völlig zu Recht, dass du mal nach dem Spiel den Sportdirektor fragst, was da eigentlich das Problem war. Wir hören mal kurz rein. Fabian Wohlgemuth zum Spiel. Was hat euch gefehlt am Ende? Ihr wart drückend überlegen, aber so richtig gefährlich wurde es nie. Wusstest du dazu stimmen? Und was hat gefehlt? Ich habe es gerade hier schon eben angesagt. Wir haben es dann schon auch, ja, einfach haben schon versucht, mehrere Lösungen dafür zu finden. Wir haben heute schon auch mehr hohe Bälle gespielt als sonst. Wir hatten schon auch ein paar Fernschussversuche, haben es dann vorne auch mal in den engen Räumen probiert. Ich glaube, eine Situation hatten wir, da war es dann führig gegen alle. Ist dann eben nicht so einfach, wenn man immer gedoppelt wird. Und die Sparta hat eben einfach auch sehr, sehr gut verteidigt, aggressiv verteidigt, konzentriert verteidigt. Und das nicht nur in einzelnen Phasen es spielt, die man hätte vielleicht für uns nutzen können, wo wir dann mal den Raum finden, das Loch finden, den tiefen Pass spielen können. Sondern da haben die 90 Minuten konzentriert, durchgezogen. Und deshalb hat eben auch Prag diesen Punkt durchaus verdient. Also Prag hat den Punkt absolut verdient. Und das hat Hönes auch noch mal gesagt. Sie haben sich dieses 1 zu 1, dieses Remis, haben sie sich mehr als verdient. Und trotzdem bleibt unterm Strich, dass diese letzten 30 Minuten, wo der VfB offensichtlich drückend überlegen war, dass es eigentlich nur eine gefühlte Überlegenheit war. Wohlgemuth hat in diesem O-Ton das nicht erwähnt, aber er hat, glaube ich, in der Mixtone zwei, drei Mal von einer gefühlten Überlegenheit gesprochen und dabei immer gefühlt mit diesen Anführungszeichen gesagt. Weil, ja, die Statistiken sprechen klar für den VfB, aber das Ergebnis spiegelt ein anderes Szenario wider. Und gefühlte Überlegenheit deshalb, weil der VfB in diesen letzten 30 Minuten, wo das wirklich ein Handballspiel war, so eine richtige, zwingende Torschance hatten sie nicht. Und deswegen war es eben nur eine gefühlte Überlegenheit und keine richtige Überlegenheit. Und deswegen muss ich am Ende konsternieren, dass der VfB hier zwei Punkte verloren hat in diesem Spiel. Weil, jetzt werden einige da draußen sagen, das kann doch nicht der Anspruch des VfB Stuttgart sein, jetzt ein Champions-League-Heimspiel einfach mal so zu gewinnen. Aber da muss ich eben dagegen sprechen, ja, Leute, die acht Spiele, die der VfB vor der Brust hat in der Champions League, da sind durchaus machbare Gegner dabei. Und die Chance, dass du weiterkommst und diese letzten 24 Plätze und noch mal eine Runde weiterkommst, die sind da. Aber die ist halt nur da, wenn du so ein Spiel gewinnst. Aber ich finde auch, Prag hat gezeigt, Stichwort machbare Gegner, das sehe ich auf dem Papier auch so. Aber das Prag-Spiel hat ja schön gezeigt, das ist der tschechische Rekordmeister. Die waren vor diesem Spiel, glaube ich, wie lange, über 20 Spiele lang ungeschlagen in der Liga und so weiter. Also das ist keine Kirmestruppe, will ich damit sagen. Auf der anderen Seite hast du eben gesehen, wenn ich jede Woche meinen BVB-Bezug, der BVB-Spiel gegen Celtic Glasgow, die sind Rekordmeister von Schottland, die werden 7-1 aus dem Stadion geschossen. Jetzt will ich nicht sagen, dass der VfB Prag hätte 7-1 aus dem Stadion schießen müssen. Was ich aber auch sehe, wenn du das ehrgeizige Ziel hast, diese Gruppenphase in An- und Abführung, ist ja keine Gruppenphase mehr, ist ja jetzt eine Liga-Phase, aber wenn du da halt unter die ersten 16 dann kommen möchtest, oder die ersten 24, Entschuldigung, damit du entweder halt direkt qualifiziert bist oder Playoffs spielst, dann musst du das Heimspiel gegen Prag mit drei Punkten ziehen, weil du spielst dann in Turin, dann kommt Paris irgendwann noch, Bergamo kommt noch, ungemütliche Auswärtsspiele, Bratislava und so, da gehe ich dann schon bei dir mit. Auf der anderen Seite muss man sagen, ey, Rückkehr auf die Champions League, 14 Jahre lang gab es es nicht. Jetzt nur ein 1-1 zum Auftakt, ja, da gibt es auch Schlimmeres, oder? Absolut gibt es Schlimmeres und ich will jetzt hier auch nicht so tun, als wäre das jetzt der Anspruch des VfB Stuttgart, hier sofort jedes Champions-League-Spiel zu gewinnen. Nee, aber Hoeneß hat ja auch völlig zu Recht gesagt, ey, wir wollen ein Spiel gewinnen. Klar, und sie hatten ja die Chancen, waren da, sie hätten es ziehen können. Ja, und da würde ich dir jetzt widersprechen, weil die Chancen, die da waren, ich erinnere da vor allem an die Szene mit Enzo Mio, wo er querlegen muss auf Undaf, dann erinnere ich an Jamie Leveling, der an der Grundlinie durchbricht und er verpasst am langen Pfosten Chris Führig und versucht ihn in die Mitte zurückzulegen und jeder Verteidiger der Welt läuft so einen Ball ab. Also da waren diese zwei Situationen, da muss ein Tor daraus resultieren, aber die waren eben schon vor diesem Handballdrangphasenspiel. Also in diesen letzten 30 Minuten ab der 60. ungefähr war das wirklich ein Dauerdruck des VfB und ich hatte das Gefühl, dass Sprag nicht allzu schwer gefallen ist, diesem Dauerdruck zu widerstehen und ich hatte auch das Gefühl, und das habe ich direkt nach dem Spiel mit dem Kollegen auch Marco Hagemann besprochen, der ja das Spiel für Dazon kommentiert hat, bin ich zu Marco hin und habe gesagt, ich hatte das Gefühl, die hätten auch noch 30 Minuten weiterspielen können und es wäre kein Tor mehr gefallen. Und das habe ich auch zu Carlos Ubina gesagt von den Stuttgarter Nachrichten, der geschätzte Kollege und die haben ja alle zugestimmt. Das war irgendwie so das Gefühl, ja die sind irgendwie, die werden heute nicht richtig zwingend und irgendwie fällt das Ding heute nicht rein, weil der Support auch wieder der Kurve des Stadions, der war voll da und sie sind voll angelaufen, aber dann hier noch ein Schlenker und da noch ein Schlenker und eigentlich... Letzte Konsequenz, letzte Schärfe hat gefehlt. Ich bringe noch einen O-Ton mit in die Folge von Atakan Karassohn nochmal, der eben auch nochmal zwei Aspekte ausmacht, nämlich fehlende Konzentration, Schärfe im letzten Drittel, aber auch, und das sagt er glaube ich gleich zu Beginn, keine Ausrede, das Plätzchen, das Wiesle, war nicht so ideal. Wir hören mal kurz den Käpt'n mit seinem Statement. Ja, schwer, schwer zu sagen. Natürlich soll nicht wieder Ausrede klingen, der Platz heute war tatsächlich nicht so, wie er wünscht. Da waren schon einige Löcher drin, bin ich eigentlich jetzt nicht so gewohnt. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal mit den Jungs reden, ob wir da ein bisschen was machen können an dem Platz. Und das ist natürlich dann schwer, wenn man den Ball wirklich, wenn man den Ball die ganze Zeit am Fuß hat und dann der Platz da nicht mitspielt. Das ist ein bisschen schwer und trotzdem, wie gesagt, liegt es auch ein bisschen an unserer Konzentration. Der letzte Pass oder auch vielleicht, wie gesagt, zwingend einmal einen letzten Gegenspieler vorbeizugehen oder einen zwingenden Abschluss zu haben. Ich erinnere mich da an eine Aktion von Enzo, wo er vielleicht auch hätte rüberlegen können oder so. Also einfach in solchen Momenten zwingender, aber auch vielleicht mit der nötigen Ruhe einfach zu agieren. Das hätte uns heute gut getan und wir müssen, das ist ein Reifeprozess. Und ich hoffe, aus solchen Spielen reifen wir einfach. Ich würde mal die Entschuldigung nehmen, dass es heute das erste Heimspiel war nach so langer Zeit, Champions League. Aber ich erwarte natürlich von uns, von allen, auch von mir selber, dass wir offensiv dann in Zukunft besser werden. Ich finde, der Atta macht sich echt, gell? Also so als Käpt'n stellt sich da hin. Ich fand die Analyse jetzt auch sehr, sehr treffend. Also er sagt auch nochmal, das ist ein Reifeprozess. Also ich meine, das ist jetzt das erste Champions-Sieg-Heimspiel und generell vielleicht das erste oder das zweite, je nachdem nach Madrid. Also ich glaube, außer Fabian Rieder hat kein VfB-Profi schon mal ein Champions-Sieg. Ja, Nübel hat auch Champions-Sieg gespielt. Zagadou auch. Zagadou war ja nicht am Start. War nicht am Start. Aber es ist ja wurscht. Auf jeden Fall, von dieser Startelf, außer Alexander Nübel, hat noch kein Spieler groß Champions-Sieg gespielt. Also deswegen, das ist ein Reifeprozess. Prag ist Champions-League erfahren, muss man einfach so sagen. Die haben auch das erste Spiel zu Hause gegen Salzburg 3-0 gewonnen. Spielen regelmäßig auf dieser Bühne. Genau, die sind es gewohnt. Und deswegen muss man das vielleicht in die Einordnung mit reinpacken, dass diese Mannschaft Champions-League unerfahren ist. Vielleicht auch die Platzwerte vom VfB. Also dass Karasor da sagt, ey Leute, das sind wir eigentlich nicht gewohnt, dass wir so einen Rasen haben. Deswegen habe ich den O-Ton mit reingenommen. Weil es ist natürlich auch für eine Mannschaft wie ein VfB, der einen Ball haben möchte, ein sauberes Kurzpassspiel. Und man hat es ja gestern gesehen, also der Platz wurde von Minute zu Minute schlechter. Aber er hat es richtig gesagt, ist ein Teil. Ist auch ein Teil der Erklärung, aber gerade das Thema Reifeprozess. Was würdest du da sagen, was sind die Lehren, die der VfB aus diesem Spiel auf europäischem Topniveau mitnehmen muss? Die Lehren sind glaube ich zum einen, dass solche Gegner in Zukunft noch viel öfter kommen werden. Auch in der Liga? Auch in der Liga. Und das ist mir immer noch im Ohr, diese Analyse von Hoeneß schon vor dem Spiel, der gesagt hat, ey Leute, so wie Wolfsburg gespielt hat, tief stehen, auf Konter setzen, so wird es auch Prag spielen. Und jetzt nach dem Spiel hat er gesagt, Leute, ich habe es euch ja gesagt, genauso wird es laufen. Und das Problem ist, in Zukunft werden einige Mannschaften genau das kopieren. Weil man sieht, der VfB tut sich schwer mit dieser Spielweise. Also Wolfsburg hat einen Unentschieden erkämpft, Prag hat einen Unentschieden gespielt. Also viele Gegner werden diese Spielweise adaptieren. Und nicht so blöd sein wie der BVB und ihn ins offene Messer rennen. Genau. Und der VfB muss Lösungen finden gegen einen tief stehenden Gegner. Der VfB muss wieder dahin kommen, dass sie diesen Gegner bespielen. Das war die große Stärke von Sebastian Hoeneß' Team in der letzten Saison, in der Schlussphase, wo die meisten Gegner sich ja dann auch schon auf den VfB eingestellt haben. Aber ich habe das Gefühl, dass aktuell diese letzte Schärfe fehlt, auch im Passspiel, diese letzte Genauigkeit, der letzte Zug zum Tor. Und die Lehre aus diesem Spiel muss sein, solche Gegner kommen in Zukunft öfter. Wir müssen lernen, diese Gegner zu bespielen. Wir müssen Lösungen finden. Und Sebastian Hoeneß hat genau das gesagt. Wir werden das analysieren. Wir werden diesen Punkt angehen, weil da müssen wir ran, weil wir merken, da fehlt es uns einfach. Es ist aber auch ein Zeichen, wie sich diese Mannschaft entwickelt hat, dass die gegnerischen Teams quasi aus Respekt vor der Dominanz des VfB Stuttgart einen solchen Ansatz wählen müssen, vielleicht um eine Chance zu haben. Also so kann man es auch sehen. Ansonsten gehe ich bei dir natürlich voll mit. Ich nutze die kleine Brücke, die du mir gebaut hast, weil wir müssen auch über das Wolfsburg-Spiel noch sprechen. Da gehen wir jetzt gar nicht so ins Detail, in die Analyse rein, haben auch keine O-Töne vorbereitet. Da hat die Mannschaft Moral bewiesen, hat kurz vor Schluss noch getroffen, den 2-2-Ausgleich erzielt, war, denke ich, auch ganz wichtig, um diese Widerstandsfähigkeit noch mal zu unterstreichen, die in der Truppe wohnt. Karaso hat ja nach dem Spiel auch gesagt, das ist die geilste Mannschaft überhaupt, so nach dem Motto, also da ist auch was da, bei aller Kritik, die wir jetzt geäußert haben. Diese Mannschaft ist intakt und lebt. Und wir müssen über das große Aufreger-Thema am Rande noch kurz sprechen. Also die Szene, Karaso gegen Arnold, beide sind gelb vorbewarnt. Am Ende fliegt Karaso vom Platz, nachdem ihm eigentlich Maxi Arnold einen Fuß abgetreten hat. Es ist ein VAR-Thema gewesen, der durfte nämlich nicht eingreifen, weil es nur gelb-rot war. Du hast nach dem Spiel das Ganze eingeordnet und hast auch mit einem interessanten Gesprächspartner gesprochen, nämlich mit Alex Feuerherd. Der ist Sprecher der DFB-Schiedsrichter GmbH, der war früher für den Blog Kolinas Erben verantwortlich. Also der ist Schiedsrichter, der kennt sich gut aus, der ist aber auch in den DFB-Strukturen drin. Und die große Frage, die sich ja eigentlich alle stellen, und die auch Sven Jablonski, der Schiedsrichter des Wolfsburg-Spiels, gesagt hat, ja Leute, okay, ich würde mir auch wünschen, dass ich in so einer Szene, wo ich einen offensichtlichen Fehler mache, wo ich übrigens gut finde, dass er das so klar benennt, dass ich mir das nochmal anschaue und das revidieren kann. Was sagt Alex Feuerherd zum Thema Reformwilligkeit beim DFB, beim IFAB, bei allem, wer da noch sonst mit am Tisch sitzt? Also erstmal muss ich sagen, dass ich am Samstag in Wolfsburg so eine Krawatte hatte. Also ich hatte so einen Hals, weil es mich richtig angekotzt hat. Mich aber auch. Also mich hat es richtig abgefuckt, muss ich wirklich deutlich so sagen, weil dieser VAR ist so ein Scheißding. Ganz ehrlich, es geht hier um, also das eine ist eine gelb-rote Karte, das darf der VAR nicht prüfen, das andere ist eine rote Karte, die darf er prüfen. Beides hat dieselbe Konsequenz, ein Platzverweis und die Mannschaft ist in Unterzahl. Wieso tut man zwei gleichwertige Ereignisse unterschiedlich bewerten? Das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Also das ist erstmal schon mal völliger Bullshit. Jetzt werden wir wieder gebannt bei Spotify, aber ist mir egal. Ich finde diese Regel völligen Quatsch. Und das führt mich natürlich zum Punkt und zur Frage, warum reformiert der DFB nicht endlich diesen blöden VAR? Warum wird das Regelwerk nicht angepasst? Warum sagt man den Schiedsrichtern nicht, Leute, eine zweite gelbe Karte ist nur eine Verwarnung, ja, aber sie hat die gleiche Konsequenz wie eine rote Karte. Also muss man diese zweite gelbe Karte doch auch überprüfen können. So, Schritt zurück, so leicht geht das nicht. Alex Feuerhörth hat mir nämlich erklärt, Leute, das Regelwerk des VAR machen nicht wir, das ist nicht der DFB, sondern es ist IFAB, das International Football Association Board. Diese alten Männer, die sich immer im Jahr in Schottland treffen. Die alten acht Männer. Das sind acht Männer, das ist ein Gremium von acht Personen. Vier davon kommen aus den britischen Fußballverbänden. Also sehr irre, die Hälfte davon ist quasi England, Schottland, Irland, Wales. Das ist schon Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also die Hälfte davon, aber das ist traditionell begründet, hat Alex mir erklärt. Also das ist halt die Tradition. Fußball wurde in England erfunden. Muttersport, was weiß ich. Haben wir schon immer so gemacht. Genau, und die anderen vier sind Vertreter von der FIFA. Also acht Personen hocken in diesem Gremium und die treffen sich eben ein paar Mal im Jahr und bequatschen den Fußball. Wahrscheinlich mit 70 Jahren hocken sie da mit dem Hefeweizen. Wahrscheinlich eher mit einem guten, alten, torfigen Whisky. Ist jetzt einfach mal mein Gefühl so. Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber und im März eines jeden Jahres kommen die Regeländerungen für die neue Saison. Also die sitzen. Sie dann aber die gesamte Fußballwelt betreffen. Genau. Also das hat nichts mit der FIFA oder der UEFA oder was auch immer zu tun, sondern das ist das Regelwerk für den weltweiten Fußball. Acht Hansele stellen das Regelwerk auf für den gesamten Fußball. Und das bedeutet, nächstes Jahr im März 2025 beschließt dieses IFAB eben neue Regeländerungen und die gelten dann ab der Saison 2025, 2026. So, das Einzige, was der DFB machen könnte und ich muss hier Alex Feuer hat auch ein bisschen Schutz nehmen, weil der sieht es ja auch so. Der findet es ja kacke. Also der findet es ja nicht toll, dass hier wirklich Sven Jablonski, man muss es sagen, es war eine Fehleinschätzung von ihm, aber er hat das Spiel verpfiffen. Ja klar. Ist einfach Punkt. Das ist dann noch ein anderes Diskussionsthema, nämlich Qualität im deutschen Schiedsrichterwesen, aber das fassen wir mal heute nicht auf, wir bleiben beim VAR. Sonst kriege ich nämlich noch mehr einen Hals. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, das Einzige, was der DFB machen könnte, ist einen Antrag zu stellen bei diesem Komitee, um zu sagen, ey, wir als Verband finden diese Regel bezüglich des VAR mit diesen gelben Karten, das finden wir Quatsch. Und wenn dann zum Beispiel sich der englische Fußballverband, der spanische Verband, wenn die sich dann zusammentun würden, dann hätte so ein Antrag natürlich mehr Gewicht. So, aber ich wette mit dir um einen Monatsgehalt, dass der DFB so einen Antrag nicht stellen wird. Ja, und dann komme ich jetzt aber auch wieder, mein Beispiel, das ich an der Stelle immer bringe, schaut nach Schweden, da haben die Vereine gesagt, wenn das das System ist, VAR, wenn das so fehleranfällig und ungerecht ist, dann wollen wir das nicht. Schweden gibt es den VAR nicht mehr. Warum machen das die deutschen Vereine nicht? Ich verstehe es nicht. Und das ist gar nicht die Frage, die man Alex Feuerherz stellen muss, sondern vielleicht eher Alex Werle, der vielleicht, oder da müsste sich doch mal die Liga auch ein bisschen zusammentun und sagen, also Leute, wir haben am Wochenende, keine Ahnung, acht Spiele und in vier davon gibt es Stress mit dem VAR und das jede Woche. Wir haben da keinen Bock mehr drauf. Und solange das System so fehleranfällig ist, machen wir das nicht mehr weiter. Ist der Alex Werle nicht irgendwie in diesem DFL-Vorstand sogar? Vorstand oder Aufsichtsrat, er ist auf jeden Fall... Ja, aber das ist ja auch ein Thema... Nutz deine Vernetzungsmöglichkeiten, bequatsch das, also hä? Das müssen doch die Vereine untereinander. Das ist doch im Interesse von Aki Watzke, von Alex Werle und vom Holger Sandwald von Heidenheim genauso. Also diese Reformunwilligkeit und da würde ich, weil du den Alex Feuerherz zu Recht in Schutz genommen hast, da würde ich wiederum sagen, dann immer nur zu sagen, ja okay, wir warten, was die machen und da reichen wir mal nichts ein. Es gibt ja offensichtlich auch andere Wege. Und solange sich, glaube ich, in der Liga oder in der DFL, also in den 36 Vereinen der 1. und 2. Liga nicht ein Zusammenschluss findet, der sich auf die Hinterbeine stellt und sagt, so wollen wir das nicht weitermachen, dann wird es genauso vor sich hindümpeln und wir haben jede Woche diese Thematik, wir haben jede Woche die Schiedsrichter-Thematik, die VAR-Thematik und wir sitzen hier und diskutieren 5, 6 Minuten lang irgendwelche hanebüchenen Entscheidungen, wo selbst die Schiedsrichter, das finde ich ja die Krone, die Schiedsrichter sagen, ja, wir wissen, dass es scheiße ist, wir müssen aber so pfeifen und ich hätte es gern anders. Das ist alles Bullshit, es macht keinen Spaß mehr. Also mir macht diese Schiedsrichterei keinen Spaß mehr. Also ich ertrage das auch nicht mehr, wenn jede Woche, ich habe jede Woche das Gefühl, irgendein Schiedsrichter bei irgendeinem Spiel ist im Mittelpunkt, weil er ein Scheiß pfeift. Das ist erstmal ein Qualitätsproblem und dann geht es um den VAR, der in so vielen Situationen für so viele Fragezeichen sorgt. Wir haben ja auch noch gar nicht über diese rote Karte von Amura gesprochen, vom Wolfsburg-Spiel. Das hat ja eigentlich dieses System VAR wirklich ad absurdum geführt. Das hat ja dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt. Atta Karasor fliegt völlig unberechtigt mit Gelb-Rot vom Platz und in der anderen Szene greift der VAR ein und verhindert einen Platzverweis von Wolfsburg. So, da würde ich mir als Sebastian Hoeneß denken, er leckt mich doch am Arsch. Also was soll denn der Scheiß hier? Denkt er sich vermutlich auch. Ja, und der Sven Jablonski, der schaut sich diese Szene an und kein Scheiß, über zwei Minuten, zwei Minuten lang schaut er sich 38 Zeitlupen an, um dann zu entscheiden, es ist doch keine rote Karte. Das macht doch keinen Spaß mehr. Also, das muss doch auch euch da draußen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und das Problem ist aber, dass der DFB sich dann wieder hinter diesen Statuten versteckt und da müsste man einen Antrag stellen und die Chance, wie der Antrag angenommen wird, das wissen wir nicht und da trauen wir uns nicht, weißt du, da trauen wir uns nicht ran und ich glaube, das Grundproblem an dieser Thematik ist, wenn du sagst, wir wollen auch gelb-rote Platzverweise überprüfen, dann müsstest du im Umkehrschluss natürlich auch jede nicht gegebenen, eine zweite gelbe Karte überprüfen. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ein Spieler eine gelb-rote Karte sieht und du überprüfst das, dann musst du auf der anderen Seite auch jede Szene überprüfen, wo ein Spieler schon gelb hat und für ein Foul vielleicht gelb-rot sehen könnte. Das heißt, wenn es so ein schnelles Foul im Mittelfeld gibt, keine Ahnung, Karazor ist schon gelb verwandt, zieht ein Foul im Mittelfeld, der Schiri gibt keine gelb-rote Karte und sowas läuft in der Regel ja schnell weiter. Die gegnerische Mannschaft nimmt den Ball, nach zwei Sekunden ist der Ball wieder im Spiel. Da müsste der Schiri abbrechen und müsste sagen, liegt hier vielleicht eine gelb-rote Karte vor. Ich kann schon verstehen, warum das tricky ist. Was ich aber wiederum nicht verstehen kann, ist, überprüft doch einfach nur gelb-rote Karten. Zum Beispiel... Warum kann man nicht einfach sagen, wenn ein Spieler eine gelb-rote Karte sieht, überprüft die. Wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Was ich nicht verstehe, wir haben das System seit sieben Jahren. Und das ist so, das ist für mich typisch deutsch. Wir haben dieses System, wir haben es eingeführt, wir machen das jetzt so und da wird jetzt erstmal auch nichts gemacht, weil das wäre ja ein Aufwand. Das ist typisch deutsche Behörden-Mentalität. Wir lebt lieber damit, als was zu verändern. Genau. Und das ist wirklich anstrengend, was man vielleicht jetzt, um da wieder einen positiven Dreh rauszufinden, bevor wir uns hier in Grund und Boden ärgern, immerhin hatte der Einspruch des VfB Stuttgart Erfolg. Also man kann ja Einspruch gegen einen Platzverweis einreichen, beim DFB-Schiedsgericht, Sportgericht, Sportgericht ist es, wenn ein offensichtlicher Irrtum des Schiedsrichters vorlag. Und das war ja in dem Fall, da gab es keine zwei Meinungen, weil selbst der Schiedsrichter gesagt hat, ja, war mein Fehler. So, jetzt darf Atakan Karasor immerhin gegen die TSG Hoffenheim spielen und er wurde nach dem Spiel gegen Prag gefragt und darf da was dazu sagen, aber du darfst zuvor noch was sagen. Ja, ich wollte auch noch was sagen, weil ich habe mit vielen Verantwortlichen auch vom VfB Stuttgart gesprochen, nach dieser gelb-roten Karte von Karasor und auch bei anderen Kollegen und da war immer die Tonalität, denen wird schon irgendwas einfallen beim Sportgericht, dass diese gelb-rote Karte bestehen bleibt. Ganz ehrlich, dachte ich eigentlich auch so, nach dem Motto, Tatsachenentscheidung, kann man doch auch so sehen. Ja, aber also offensichtlicher wird dieser Irrtum ja nicht. Ja, aber ich hatte wirklich die Befürchtung, dass die sich wieder irgendeinen Fallstrick überlegen, dass diese gelb-rote Karte bestehen bleibt und das wäre ja dann das Lächerlichste überhaupt gewesen. Deswegen, da muss ich sagen, immerhin konsequent von allen Seiten, die gelb-rote Karte, die bleibt nicht bestehen, weil das Spiel in Wolfsburg wurde sowieso schon verpfiffen. Es wäre ja dann, Sebastian Hülsert hat gemeint, es wäre ja eine doppelte Bestrafung. Also zum einen hat der Karasor gelb-rot gesehen, eigentlich hätte Arnold gelb-rot gesehen. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Also es ist quasi eine Dreifach-Bestrafung, was ja gar keinen Sinn macht. Nicht im Sinne des Fairplay hat Fabian wohlgemut gesagt. Und auch, wir haben jetzt noch gar nicht über Arnold gesprochen, gell? Aber müssen wir, glaube ich, auch nicht, weil, also sonst kriege ich noch meinen Hals. Ja, da wäre auch so das Thema Fairplay und so weiter. Aber du, ich würde ihn minimal in Schutz nehmen. Du hast selber gekickt. Das passiert. Du merkst was. Es hat geknallt. Er tritt ihm auf den Fuß und sagt dann nachher am TV-Mikrofon, er hat einen Stich gespürt. Einen Bienenstich oder was? Ich weiß es auch nicht. Aber es ist, finde ich, in dieser Szene alles suboptimal gelaufen für den VfB. Es hat jetzt ein Mini-Happy-End gefunden, müssen wir sagen. Der VfB hat ja noch einen Punkt geholt in Wolfsburg. Carasso ist nicht gesperrt. Arnold wurde aufs Übelste beleidigt. Da fand ich auch das Statement von Carasso noch mal ganz stark, der sich in den sozialen Netzwerken noch mal gesagt hat, Leute, wir haben das besprochen. Wir sind Sportler. Es ist auch nur scheiß Fußball. Chillt euer Leben. So, zwischen uns ist alles okay. Auch zwischen dem Schiedsrichter ist alles okay. Weiter geht's. Und ich möchte da noch ergänzen, der Herr Carasso fällt in Zweikämpfen auch oft und gerne sehr leicht. Ja, ist halt so. Es ist clever. Jeder macht das mit seinen Mitteln und ich würde auch auf Arnold gar nicht zu sehr eindreschen, aber ich würde gerne noch den O-Ton von Carasso einspielen, weil wir dann den Schlenker zum Hoffenheim-Spiel noch schaffen. Atakan Carasso sichtlich oder hörbar erleichtert, dass er am Sonntagabend auf dem Platz stehen darf. Ich freue mich sehr darüber, DFB, DFL. Vielen Dank dafür, wirklich. Weil ich glaube, dass wir nach der Situation echt alle korrekt miteinander auch umgegangen sind. Ich habe natürlich auch mitbekommen, was Herr Balonski gesagt hatte. Und es freut mich wirklich mega. Ich freue mich, der Mannschaft helfen zu können. Jetzt bleibt nur darauf zu warten, ob der Trainer mich eingeplant hat für Sonntag, für die Startelfe oder nicht. Schauen wir mal. Aber nein, wirklich, ich freue mich sehr über die Entscheidung. Ja, der Trainer wird ihn schon eingeplant haben. Lass uns auf das Sonntagabendspiel schauen. 19 Uhr, 19.30 Uhr. Ich bin bei diesen Reinstoßzeiten immer noch nicht so ganz sattelfest. 19.30 Uhr. Die TSG Hoffenheim kommt nach Stuttgart. Das Landesduell. Ah, hör mal auf. Komm. Auf dem Papier ist es das. Baden gegen Württemberg. Es ist kein Derby. Das wissen wir alle. Thema zu. Der VfB, ja, mit zwei Unentschieden jetzt. Aber ich finde, mit den gezeigten Leistungen absoluter Favorit in diesem Spiel. Vor allem, weil die TSG Hoffenheim mit Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo massivst unter Druck steht. Wie schätzt du die Lage ein? Ja, ich denke bei dem Spiel eigentlich nur an eine Person und das ist an Rino. Also ich war ja letztes Jahr leider beim VfB-Spiel in Hoffenheim. Da haben sie, glaube ich, 3-0 gewonnen. Das ist der besten Spiele. Ich glaube, das halbe Stadion in Hoffenheim war komplett nur VfB. Und da war ich leider krank, bin ausgefallen und konnte Rino nicht treffen. Weil zu dem habe ich ja noch einen ganz guten Draht. Und ich freue mich wirklich, ihn zu sehen jetzt am Sonntag. Und ich denke deshalb an ihn, weil der Stuhl von Rino, also von vier Beinen sind drei angesägt. Also das wird echt für Rino ein sehr, sehr hartes Spiel in Stuttgart. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Partie beim VfB das letzte Spiel von Pellegrino Matarazzo bei der TSG sein wird. Unabhängig vom Ausgang? Unabhängig vom Ausgang, ja. Was ich so höre aus Hoffenheim und ich habe gestern auch mit ein paar Kollegen geschnackt, die sich auch mit Hoffenheim auskennen. Und da ist schon so die Tonalität, dass selbst wenn Hoffenheim in Stuttgart gewinnen sollte, dass Rino vermutlich abgesägt wird. Hintergrund, Länderspielpause steht an. Genau, du hast zwei Wochen Pause, um das Team nochmal neu einzustellen. Neuer Trainer in der Länderspielpause, der kann dann das Team nochmal anpacken. Ein möglicher Kandidat ist tatsächlich Martin Demichelis. Also alle noch gut, Ex-Bayern-Verteidiger, argentinischer Nationalspieler. Ja, spannende Personalie und deswegen die Favoritenrolle ist klar verteilt. Also Hoffenheim kommt total angeknackst, die haben ja 3-0 geführt gegen Werder Bremen. Wir verlieren es noch. Sehen diese dumme rote Karte, ich glaube nach 20 Minuten oder so, vielleicht sogar eine Viertelstunde nur, verlieren 4-3 nach 3-0 Führung. Die spielen jetzt ja morgen, also am Donnerstag, in der Europa League gegen Dynamo Kiew. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie sich Rino überhaupt retten könnte, wäre, du schlägst Kiew und schlägst den VfB. Weil dann kannst du fast nicht argumentieren. Dann wird es schwer zumindest. Dann wird es schwer, aber ich glaube, sie werden ihn trotzdem entlassen, weil die Zeit von Rino da einfach dem Ende zugeht. Und deswegen hast du auf der einen Seite die kriselnde TSG aus Hoffenheim, die nach einer 3-0 Führung 4-3 verliert, die völlig am Boden ist, die am Donnerstag spielt und am Sonntag wieder. Die haben nicht mal drei Tage Pause. VfB deutlich mehr Zeit. Der VfB spielt Dienstag und Sonntag. Wie schon bei Madrid, war auch ein Faktor vor dem Dortmund-Spiel. Die haben zwei volle Tage, zwei volle Tage mehr Vorbereitung als die TSG. Das ist schon ein Brett. Und deswegen zu Hause nach jetzt zweimal nur, in Anführungszeichen, Unentschieden gespielt, der VfB, der wird richtig heiß sein. Das wird Rinos letztes Spiel auf der Trainerbank von der TSG. Leider, aber ich kann nochmal mit ihm eine Runde quatschen dann rund ums Stadion. Deswegen, ich bin mir sicher, dass der VfB das Spiel gewinnen wird auch. Oh, da bist du jetzt hier. Rino fliegt raus, VfB gewinnt und die Lotto-Zahlen kommen auch noch. Sollen wir wetten? Ich wette nicht gerne, weil du kennst meine Haltung zum Thema Sportwetten. Ja, okay. Aber nächste Woche haben wir doch auch wieder einen Podcast, oder? Nächste Woche? Ja, ja, ja. Da sprechen wir drüber. Rino, Entlassung und VfB gewinnt. Was ist dein Tipp? Leg mal ganz konkret deinen Tipp schon mal hier. Hinterlege ihn. Ich schreibe ihn auf. Ich glaube, das wird für TSG echt übel. Ich glaube, der VfB gewinnt 3-0. Ich tippe auch schon mal mit. Ich sage, Spiele gegen Hoffenheim waren meist wahnsinnig umkämpft, weil, also ja, die haben einen super windschiefen Kader. Die haben eine Transferperiode, die den Namen Transferperiode gar nicht verdient. Die schmeißen mitten im Prozess den langjährigen Sportchef und Kaderplaner raus. Haben da jetzt Frank Kramer sitzen. Muss man auch mal auf der Zunge vorstellen, wie Werner Hansch sagen würde. Das ist eine windschiefe Truppe. Grischa Prömmel verletzt raus. Da stimmt es hinten und vorne nicht dazu. Knatsch im Verein. Verein. An- und Abführung. Ich kann nur sagen, lest Benni Hoffmann. Lest das alles, was da passiert rund um Hopp, rund um Rogon. Es illustriert eigentlich aber auch nur ganz toll, was die TSG Hoffenheim macht. Interessiert keinen Menschen der Welt. Vermutlich nicht mal die 3.000 Einwohner in Hoffenheim. Aber ich muss noch tippen. Ich wollte sagen, es ist ein bisschen knapper. Ich sage, VfB gewinnt 2-1. 2-1. Wenn die TSG Hoffenheim nicht so ein Plastik. Das wäre ein Riesenskandal. Leute, was da abgeht, ist der Wahnsinn. Das müsste euch wirklich. Ich wollte mich jetzt anders ausdrücken. Aber wenn die TSG, ich sage es vorsichtig, nicht so ein Plastik-Club wäre. Dann wäre das nicht euphemistisch. Das ist ein Milliardärsklub. Das ist eine Bumstruppe. Ich sage es einfach, wie es ist. Und wenn das nicht eben so eine Truppe wäre, dann wäre das ein bundesweiter Skandal, was da passiert. Gerade in Hoffenheim. Also was da abgeht, ist wirklich vogelwild. Und deswegen bei der TSG, da liegt alles in Scherben. Also da läuft gar nichts mehr gerade. Da muss ja Rino fast froh sein, wenn er da weg ist. Ja klar, aber dann ist er halt auch als los. Der wird schon wieder was finden. Der wird schon wieder was finden. Ja klar, aber der VfB ist der ganz, 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 ganz klare Favorit in diesem Spiel. Die spielen zu Hause. Ich glaube, dass dieses 1 zu 1 jetzt gegen Prag, ich glaube, das nervt die. Also die wissen, da war mehr drin. Die wissen, woran sie arbeiten müssen. Und ob du das glaubst oder nicht, die TSG wird genauso spielen wie Prag. Nur ist die TSG halt schlechter. Nicht so gut organisiert. Nicht so gut organisiert. Deswegen, mir fällt gerade ein, ich habe in meinem Kick-Bass-Team, ich habe Krilic und Akpoguma in der Abwehr. Vielleicht nochmal reagieren? Ich glaube, ich sollte da einen Transferle tätigen. Transferle. Weil ansonsten mache ich viele Minuspunkte mit den Zweien da hinten drin. Deswegen, also ich sehe da, ich sehe kein Szenario, wie die TSG da, also das ist so das klassische Spiel, Trainer wackelt vor der Länderspielpause. Also die TSG spielt jetzt am Donnerstag in der Europa League, haben nicht mal drei Tage Vorbereitungszeit. Danny, also ja, das ist das klassische Szenario. Nachdem der VfB eigentlich die Spiele dann verlieren würde, wenn er nicht der neue VfB unter Sebastian Hoeneß wäre. Was ich noch einen interessanten Aspekt finde, ist das Torhüter-Duell. Du sprichst es an, Länderspielpause, die Nominierung fürs DFB-Tor steht an. Marc-André Testegen, schwer verletzt, fällt aus. Nübel versus Baumann im direkten Vergleich. Also ich erwarte den Bundestrainer. Drei Reihen unter dir. Oh, dann kann ich ihm ja Hallo sagen. Kann ich ihm gerne Hallo sagen, ja. Das wird sicherlich auch interessant, das zu beobachten, weil Nübel ja durchaus den Anspruch hat. Und natürlich auch die Qualität, um da auch im DFB-Tor dann zu überzeugen. Also es wird sehr spannend. Ich glaube, die Kader-Nominierung ist dann noch nicht durch, wenn wir nächste Woche podcasten, oder? Ist sie schon dann? Also die Kader-Nominierung ist morgen. Ist sie morgen schon? Am Feiertag, 3. Oktober. 3. Oktober, wissen wir dann also schon mal mehr. Dennoch finde ich das direkte Aufeinandertreffen der beiden dann interessant. Aber die Nominierung spielt ja eigentlich keine Rolle. Also weil das Nübel nominiert wird und das Baumann-Nominiert wird, ist ja sowieso klar. Also eigentlich ist es nur spannend, wer spielt denn dann? Wer spielt denn? Und vielleicht kommt morgen die Frage, also es gibt ja immer diese PK mit Julian Nagelsmann. Also die gibt es ja jedes Mal vor dieser Kader-Nominierung. Und vielleicht wird er da schon gefragt, natürlich zu den Torhütern. Aber da wird er vermutlich noch nichts sagen. Aber ich bin dann sehr gespannt, wer in den Länderspielen dann, ich weiß gar nicht, gegen wen die Spiele, doch, gegen Bosnien-Herzegowina. Und die Niederlande. Also gegen Ermedin Demirovic, der ist ja Kapitän bei der bosnischen-herzegowischen Nationalmannschaft. Und dann gegen die Niederlande schon wieder. Ich bin sehr gespannt, ob Nübel zwischen den Pfosten steht. Ich könnte mir guten Jobsharing vorstellen, dass jeder ein Spiel bekommt von den beiden. Macht Sinn. Aber wir werden es natürlich beobachten. Ihr werdet es natürlich lesen auf zvw.de, wer auch immer von uns beiden dazu was schreiben wird. Du wirst auf jeden Fall am Sonntag im Dienst sein. Yes. Wir haben uns jetzt auch so ein bisschen eingependelt, immer so Dreierpacks, immer, dass man die Champions-League-Woche auch gut abdeckt. Wenn ihr die Texte haben wollt, ab in die News-App, ab in die Stores nennt man es, glaube ich, App-Store und Google-Play-Store. Kommt in unseren WhatsApp-Channel rein, Link hängt in den Shownotes. Gerne draufklicken, dann direkt dabei sein. Kriegt dann noch ein paar Insights drumherum. Gebt uns gerne auch Feedback zu unserem, wir reden über den VfB-On-Tour-Formaten, das wir gerne rund um die Spiele noch produzieren. Kurze, kleine, knackige Podcast-Folgen. Also das On-Tour-Format, das ich aus der Redaktion mache. Das On-Tour-Format, das sie mir aus der Redaktion machen musste, weil ich das Mikro vergessen hatte. Trotzdem sehenswertes Video natürlich. Ansonsten alles rum zum Spiel natürlich bei uns, hört aber auch gerne mal beim Daniel Haug rein, der das Spiel wieder begleiten wird am Radio. Wir kooperieren ja jetzt hier mit der 107-7, das macht uns große Freude. Mir bleibt nur zu sagen, Simi, ich habe dich sehr, sehr vermisst. Das war eine sehr lange Zeit, dass wir nicht zusammen gepodcastet haben. Das hat jetzt große Freude gemacht, freue mich schon auf nächste Woche wieder. Und da bin ich mal gespannt, ob du mit deinen knallharten Predictions hier recht behalten wirst. Stichwort Rino raus, Hoffenheim verliert deutlich. Wir werden es nächste Woche besprechen. Bis dahin soll es gewesen sein. Viel Spaß beim Spiel am Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, ciao.